Hi, grüß dich, Mr. K hier. Heute lernen wir zusammen die Modalverben must und mustn't näher kennen. Wir gucken uns an, was die bedeuten, wann wir sie einsetzen und auf was wir sonst noch achten müssen. Und wir sehen uns gleich. So, kommen wir zu den Basics von must und mustn't. Zum einen haben wir must, mustn't und das sind beides Modalverben. Modalverben benutzen wir vor allem, um Erlaubnisse, Verbote, Pflichten und Fähigkeiten auszudrücken. Das erstmal zu den grundlegenden Sachen. So, ganz wichtig hierbei noch zu erwähnen, dass du das mustn't, du hörst es schon raus, das t erstmal stumm lässt vom must. Und mustn't einfach nur das nt hinten betonst und das t in der Mitte ist einfach stumm. So, jetzt schauen wir uns an, must versus mustn't. Wir fangen mit must an. I must wear a mask. We must wash our hands. Everyone must keep distance. Wir haben überall unser must drin und das heißt so viel wie, ich muss tragen eine Maske. Wir müssen waschen unsere Hände und jeder muss halten die Distanz. Wir müssen Abstand halten. Unschwer zu erkennen, was must eigentlich bedeutet, ähnlich wie im Deutschen natürlich. Ich muss etwas tun. Dementsprechend ist must also eine Pflicht. Wir geben eine Pflicht an, etwas, was man auf jeden Fall machen muss. Wir haben hier keine Wahl, sondern wir müssen etwas tun, wenn wir must benutzen. So, wie verhält es sich jetzt mit mustn't? Wir haben ja bei mustn't ein nt hinten, n-apostrophe t. Also es ist sowas wie eine verneinte Form von must. Aber ist es wirklich eine verneinte Form? So, dann lass uns jetzt mal die Sätze mit mustn't ansehen. We mustn't touch other persons. Hier ist unser mustn't drin. Was könnte es jetzt bedeuten? Könnte es wirklich heißen, wir müssen nicht anfassen andere Personen? Das Problem jetzt dabei ist, dass du jetzt eine Wahl hättest. Du musst es zwar nicht tun, aber vielleicht könntest du oder wenn du Lust hast, dann machst du es einfach. Dementsprechend macht das jetzt, wenn du dir über die Regeln von Covid-19 Gedanken machst, eigentlich keinen Sinn, wenn du es jetzt sagen würdest, we mustn't touch other persons, wenn es bedeuten würde, dass du es nicht machen musst. Halten wir mal fest. Lass uns den nächsten Mal ansehen. You mustn't put off your mask. Macht das Sinn? Du musst nicht deine Maske abnehmen. Das heißt, wenn du Lust hast, dann kannst du sie einfach absetzen. Aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, du gehst in die Schule, hast du da eine Wahl? Eigentlich nicht, oder? Wir schauen mal weiter. She mustn't sit next to a person. Wenn du jetzt wieder an die Schule denkst oder allgemein im Bus oder so, du musst nicht neben einer anderen Person sitzen. Sie muss nicht neben einer anderen Person sitzen. Also hat sie eine Wahl? Ja, müssen tut sie es nicht. Aber sie könnte vielleicht, wenn sie Lust drauf hätte. Also du siehst, mustn't kann eigentlich nicht nicht müssen bedeuten. Es muss eine andere Bedeutung geben. Das ist natürlich für uns Deutsche total verwirrend, weil es sieht so aus wie eine verneinte Form von Mast. Aber wir haben jetzt gerade gesehen, schwarz auf weiß, es kann keine Verneinung sein von Mast. Es kann nicht heißen, nicht müssen. Also muss es eine andere Bedeutung geben. Und wenn wir uns jetzt diese Sätze angucken, dann siehst du schon, es handelt sich hier immer um Verbote. Also muss mustn't heißen, ich darf etwas nicht tun. Das sind Verbote. Ich darf es nicht. Das heißt also mustn't heißt nicht dürfen. Es ist ein Verbot. Noch eine Sache musst du auf jeden Fall betrachten. Wenn du mustn't benutzt oder auch must, du musst beim Tu-Wort dahinter, bei he she it, kein S dran setzen. Das fällt weg. Das ist nur bei ganz normalen Sätzen so, ohne ein Modalverb. In diesem Fall also bei he she it, kein S muss mit. Lass uns mal zur Sentence Structure kommen, zur Satzstruktur und da mal die Sätze jetzt checken, wo eigentlich die Modalverben hinkommen. Und zwar haben wir unser Subjekt, unser Modalverb, unser Verb und unser Objekt. Und vielleicht der ganze Rest, je nachdem wie die Sätze aussehen. The pupils must wear a mask oder the pupils mustn't touch other people. Du siehst also, das Modalverb ist also immer vor dem Verb. Vor unserem Tu-Wort. Hängt immer mit dem Verb zusammen. Deswegen die Position im Satz immer vor dem Verb. So, test yourself. Natürlich üben wir auch eine Runde. Und los geht's. Sie nicht dürfen vergessen ihre Maske zu Hause. Wir haben hier also jetzt ein Nicht-Dürfen. Gerade hatten wir es ja geklärt. Wenn ich etwas nicht darf, wenn es ein Verbot ist, dann muss ich mustn't einsetzen. She mustn't forget her mask at home. Du müssen tragen deine Maske in der Schule. Logisch. Wir kennen es alle. Wir müssen das tun. You must wear your mask at school. Und unser Must natürlich vor dem Verb. Alle Schülerinnen müssen desinfizieren ihre Hände. Das müssen wir natürlich auch jeden Tag tun. All pupils must disinfect their hands. Klassen nicht dürfen mischen zusammen. Natürlich wurden die Klassen auch getrennt. Alle in ihrem eigenen Bereich in der Schule. Also, Classes mustn't mix together. Ich muss waschen meine Hände regelmäßig. Natürlich mussten wir es auch machen. Ist natürlich auch so wichtig. Ganz klar. I must wash my hands frequently. Du und ich dürfen berühren andere Menschen. Ist natürlich jetzt auch verboten gewesen. Sollten wir nicht machen. You mustn't touch other people. The teacher check COVID-Tests. Der Lehrer muss kontrollieren COVID-Tests. Natürlich auch Pflicht. Wenn wir jetzt die ganzen Testzimmer hatten in der Schule. Das mussten wir Lehrer immer kontrollieren. The teacher must check COVID-Tests. So, das war es auch schon zu dem Modalverben. Must und Massen.